Wir hatten den 14.08.2022. Vorher war der Rall in der Nähe. Ich habe es nicht geschafft, ihn nicht zu nehmen. Das sind die Spaffs, die vorhin. Der Bussard. Ganz oben. Im Kreis. Ich glaube, das ist der Helikopter, der vorhin schon hin- und herkreist. Das ist schön. Wir haben den Zürich. Die 14.08.2022. Die 14.08.2022. Die 15.08.2022. Die 15.08.2022.